Also für mich als Gesundheitsfachperson, du sagst, eine Aktie ist grundsätzlich eine Beteiligung an einem Unternehmen, das ich kaufe, oder? Genau, richtig. Ab welchem Zeitpunkt macht es für mich Sinn, in ein anderes Unternehmen zu investieren oder mein Geld in einem anderen Unternehmen anzulegen, gegenüber meiner eigenen Praxis oder meinem eigenen Unternehmen oder eben gegenüber Immobilien? Ja, also reich wirst du nur mit deinem eigenen Unternehmen, aber das ist auch riskant. Also du kannst an der Aktienbörse nicht reich werden, ausser du machst das zu deinem Beruf und dann musst du noch gut sein und dann musst du noch Glück haben. Also du kannst nicht erwarten, dass du viel Geld verdienst mit Aktien, sondern einfach mehr als du mit Obligationen und einem Bankkonto verdienst. Okay. Es ist aber so, wenn du es in dein eigenes Unternehmen investierst, wo du sicher am meisten Geld verdienen kannst, dann musst du erstens überzeugt sein, dass das Geld, das du jetzt wieder in dein eigenes Unternehmen reinleihst, dir auch einen Gewinn gibt. Du kannst ja dir vorstellen, du machst noch schönere Möbel oder du sagst, es ist mir gefällt mir der USM nicht mehr, jetzt möchte ich gerne einen anderen Brand, wo du zeitgemäß bist. Du machst eine Investition von 100'000 Franken, aber du hast nicht mehr Kunden. Und die Leute zahlen auch nicht mehr. Das heisst, du hast eine Investition gemacht in dein Unternehmen, das dir gar keinen Gewinn gegeben hat. Wenn du dir sagst, ich miete noch den oberen Stock dazu und ich stelle noch zwei weitere Osteopathen an, dann kannst du erwarten, dass du einen Gewinn machst. Also du musst bei deinem eigenen Unternehmen auch immer überzeugt sein, dass du einen Gewinn machen kannst und das weisst nur du und du weisst es am besten. Und jetzt ist das Problem Risiko. Also die reichsten Menschen auf dieser Welt, die haben die Hälfte von ihrem Vermögen in ihrem eigenen Unternehmen. Also auch Bill Gates und Warren Buffett, also mindestens die Hälfte sogar. Aber im Durchschnitt ist es die Hälfte. Es hat gerade einen Report gegeben, der das mal versucht zu quantifizieren. Im Durchschnitt die Hälfte von reichen Personen ist in ihrem eigenen Unternehmen. Die andere Hälfte ist interessanterweise in den öffentlichen Märkten, also eben Aktien und Obligationen. Und, also nicht die Hälfte von der anderen Hälfte, also ein Viertel ist genau. Und ein weiterer Viertel haben sie offenbar gemäss dieser Studie, ist in den New York Times veröffentlicht worden, haben sie es in Bar. Also auch du musst immer eine Barreserve haben. Also ich sage immer, bevor du anfängst zu investieren, solltest du ein Jahr lang leben mit deinem Geld. Wenn es in Aktienanleihe ist, kannst du sagen, die kann ich auch verkaufen und davon auch leben. Ja, aber das willst du eigentlich nicht, weil es kann ja gerade ein blöder Zeitpunkt sein. Du solltest eigentlich wirklich auf der Seite eine Cashreserve haben für etwa ein Jahr. Das ist so ein bisschen mein eigenes. Weil nach einem Jahr hast du dich neu organisiert, wenn irgendetwas passiert ist. Und dann hast du noch Lebensversicherung vermutlich, das musst du sowieso machen, aber mit Versicherung reden wir jetzt nicht. Oder du musst als selbstständiger Unternehmen dich absichern für Unfälle. Oder es kann ja immer etwas passieren. Und von dem her, also wenn ich deine Frage beantworten möchte, Geld verdienen wirst du im eigenen Unternehmen. Aber Sicherheit kommst du nur rüber, wenn du in vielen verschiedenen Unternehmen bist. Das ist eines der ganz wichtigen Prinzipien und dann macht eigentlich Aktien Sinn. Und in diesem Sinne macht gemäss dieser Angabe die Aktien Sinn, wenn ich auch laufend noch in mein Geschäft investiere. Es ist nicht ein Entweder-Oder, in diesem Sinne die Investitionsmomente hier abzuschliessen, um nachher weiterzugehen, sondern irgendwo relativ schnell in diesem Sinne zu diversifizieren. Ja, also für selbstständige Unternehmer ist es nie ein Entweder-Oder, sondern genauso wie du Versicherungen brauchst für dein Geschäft, die dich auch etwas kostet. Oder willst du auch gewisse Assets, die du aufgebaut hast, die du vielleicht langfristig brauchst, die sollten unabhängig sein von deinem Geschäft, willst du noch etwas anders anlegen. Und dort sind Aktien heute die einzige vernünftige Anlagemöglichkeit. Es ist eigentlich immer schon so gewesen. Also wenn man die Finanzbücher, wenn man Bücher liest über das und da wird analysiert, mit welchen Anlageklassen verdient man wie viel, ist es immer schon so gewesen. Mit Unternehmen, mit Aktien verdient man am meisten. Aber, muss man sagen, man hat ein Risiko, es schwankt. Und jede einzelne Aktie ist gefährlich. Und erst dann, wenn man verschiedene Aktien hat, hat man eine gewisse Sicherheit. Aber langfristig ist auch logisch, das sind ja Unternehmer dort. In diesen Aktien arbeiten die Leute, wo ihr Job ist, den Aktienpreis zu steigern. Für das werden sie angestellt. Und sie haben oft selber auch Aktien von ihrem Unternehmen, so wie du. Oder haben sie auch vermutlich am meisten von ihrem Vermögen in der eigenen Firma. Also auch angestellt ist das oft so, dass sie viele Aktien haben vom Unternehmen, wo sie arbeiten, vor allem weiter oben. Und die alle versuchen dann gewöhnt zu erwirtschaften, die schlussendlich dir rechtlich gehört. Moren mitnehmen- Imagen. Und er hat mich auch nicht erreicht. Und das ist richtig, dass alles aufbauen ist. Und das ist ihnen genauso wichtig.